Hi Leute, ich bin zu der Creepkill und heute stelle ich euch meine beiden Intros vor. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum beide, dann hat das folgenden Grund. Ich habe ja schon ein Intro, nämlich das mit dem Nebel, Schild und die Schwerter, wo dann Creepkill erscheint. Allerdings hat mir der nette Elkelotipel, LP, oder wie man ihn auch immer ausspricht, das ist ein ziemlich kompliziertes Wort, hat mir ebenfalls ein Intro gemacht, dieser Elkelotipel. Und diese beiden Intros seht ihr nun gleich und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, da ich mich selbst nicht entscheiden kann, welches von diesen beiden ich nehmen soll. Danke im Voraus. Danke im Voraus. Danke im Voraus. Danke im Voraus. Bis zum nächsten Mal.